Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Danke. Unter der Leidenschaft ist es so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir holen Stefan ab. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Danke. Tschüss, Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Die Straße wird jeden Tag katastrophaler. Hey, haben Sie einen Schlag noch? Suchgerät? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Boah, ist das kalt heute Abend. Wenn nicht, ist der Bus geheizt. Das ist der Bus geheizt. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Zum Glück ist bald Sonntag. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das war als... Ja, echt schön dich zu sehen. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Was stinkt denn hier so? Kann ich bitte eine Fahrt... Ich war gestern. Ich war gestern viel zu sehen. Ich war gestern... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, perfekt geparkt. Ich glaube, ich habe gerade ein Info gesehen. Ach, das hat er gemeint. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblings-Koch? Anananas. Was ist das? 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 Zum Glück, das ist das? Was 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 ist das? Ich habe... Ich habe so einen Hunger. Was ist das? Oh, das ist das? Was 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 ist das? Danke, dass sie so pünktlich sind. Wir holen Stefan ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Seigewebricht. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. 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 Gestern war es super. Ich wäre nachmittags beschwimmigend und dann durch die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Wir entscheiden die Mächtigen also über unser Schicksal. Absolut pünktlich. Danke sehr. Oh, jemand hat was vergessen. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Nur um die Stille zu überbrücken. Ich glaube, ich bin krank. Oh Mist, ich habe vergessen fürs Abendessen. Na ja, dann gibt es wieder Pizza. Okay. 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 Hey, hey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020